Schauen wir gleich mal rein, was wir hier bekommen haben. Ich bin nicht verrückt. Ich werde nicht verrückt. Pika, Pika, Motherfucker. Du hattest jetzt eine Woche Zeit, dich auszuruhen, doch heute ist die Jagd wieder auf dich eröffnet. Wir zerrippen ein 18er Farbenschock-Display und jagen die dicke gelbe Ratte. Ich hoffe, du bist bereit, Pikachu. Pika, 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 Pika. Das klingt doch gut. Wir öffnen das Display und wollen die dicke Ratte haben. Schönes Gefühl hier. Da ist es, 18er Farbenschock-Display. Wir jagen die Ratte in den Packs und ohne lang zu verzögern, gehen wir hier die Packs durch. Erstes Pack, Selebi, Artwork, auf geht's, ab geht's. Gib uns Pikachu. Ich habe vom Hörensagen gehört, hier mal ein Code für euch, Farbenschock, ich habe vom Hörensagen gehört, dass man entweder ein gutes oder ein schlechtes Display bekommen kann. Diese 18er Displays sind ja halb-halb von diesen großen Displays, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Und jetzt hoffen wir, dass wir natürlich ein gutes Pack hier bekommen haben. Ein gutes Display mit dem dicken Pikachu im Optimalfall. Unratütox. Erstmal haben wir nur Müll. Flurmüll. Findet das auch nicht gut. Wuffels. Voltoball. Pfiffchenreverse. Und ein Ka-Octo. Schon mal gar nichts, nur Müll. Aber wir haben noch 17 Packs. Auf geht's, ab geht's. Weiter, immer, weiter. Wir wollen das dicke Pikachu haben. Code zur Seite. Kartentrick, Energie hier rüber. Wir haben wieder die Elektrospinne. Aroma-Energie. Rock-A-Man. Skippen das Waumball. Whatsapp, der hier sich um die Elektronik zu Hause kümmert. Kinderarbeit ist, glaube ich, verboten. Pokémon-Universum ist das wohl möglich. Plaudergei. Glumanda. Pfiffchen. Metang-Reverse. Und ein Ninja-Tom. Joa. Wir sortieren hier mal, weil da kommt ja einiges an Karten heute zusammen. Bulg hier rüber. Ja, haben wir es. Fat Pikachu. Los. Hol dein Kumpel. Hol dein Kumpel. Wir werden nicht aufhören, bis wir das Pikachu ziehen. Das hatte ich euch ja bereits in vorherigen Videos gesagt. Jetzt haben wir eine Woche lang Pause gemacht. Und haben uns auf andere Sets konzentriert. Zum einen, weil ich immer die gleichen Karten ziemlich langweilig finde. Wenn wir immer die gleichen Sets öffnen hintereinander. Zum anderen, weil ich auf meine Farben-Shot-Bestellung gewartet habe. Ich sage es euch, wie es ist. Boreos-Reverse. Und Xerneas-Holo. Wir müssen hier ein bisschen umsortieren, weil ich lege die Karten immer hier vorne hin. Holos darüber. Weiter geht's. Weiter immer weiter. Affenpack. Bring uns Glück. Los, Affenpack. So. Weiter geht's. Energie rüber. Britzigl. Glutexo. Glutexo. Liga-Angestellte. Felino. Hokumil. Tarnhell. Schneckmack. Eliseba. Whatsapp-Reverse. Und ein Blitzer. Viele Elektro-Pokémon in dem Pack. Ist das ein Zeichen? Gib uns Pikachu. Selebi. Gib uns Pikachu. Ich will Pikachu ziehen. Ich sehe lauter YouTuber, die ihren Pikachu da isen. Hitt drin. Seht ihr es? Seht ihr es? Das ist der dicke Pikachu. Das ist der dicke Pikachu. Code für euch. Komm, 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 dicke Ratte. Komm, 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 dicke Ratte. Glutexo. Liga-Angestellte. Schwalboss. Waumball. Gala-Mauzi. Felino, der sich eingenässt hat im Pool. Glumanda. Schwalbini. Britzigl-Reverse. Und Torgekiss V-Max. Es ist leider nicht die dicke Ratte, sondern dieses Torgekiss V-Max. Aber das nehmen wir natürlich auch mit. Ganz klar. Kommt in die Folie. Ist eine V-Max. Also kommt sie auch ins ewige Plastik-Gefängnis. So. Das ist ja schon mal ein Anfang. Erster Hit hier aus dem 18er-Display. Okay. Leider nicht die dicke Ratte. Aber wir haben ja noch ein paar Packs. Wir haben ja noch ein paar Packs. Weiter geht's mit dem Ufo. Ufo-Pack. Auf geht's, ab geht's. Ich bin auch mal gespannt, wie viele Hits wir hier rausbekommen. Wie gesagt, wir kriegen ja entweder ein gutes Display oder eben ein nicht so gutes. Es ist ja immer eine Hälfte von einem richtigen Display. Und da sagt man, die eine Hälfte des Displays ist gut und die andere nicht. Und wir beten natürlich, dass wir hier eine gute Hälfte erwischt haben. Ich habe hier eine Klopptopus-Karte geskippt. Garneville Reverse. Und Pikachu V. Wir kommen der Sache näher. Und jetzt hol deinen diabeteskranken dicken Bruder, bitte. Kommt in die Folie. Erste V hier aus dem Display. Bitteschön. Das ist fast das, was wir wollen. Wir wollen deinen dicken Bruder. Also los. Kommt hier auf den Hitplatz. Und hier haben wir passend das Chunky Pikachu Pack. Pika. Motherfucking Pika. So. Kartentrick. Energie zur Seite. Wir drehen um. Chefrum. Tentantl. Teleskopisches Visier. Fleckknäuel. Oh wei. Flurmel. Immer noch am Flan. Schneckmack. Wir skippen. Ein Pampuli. Und ziehen. Yes. Jirachi. Amazing. Rare. Das Sternenbaby. Wunderschön. Wunderschön. Hinten dran Pikachu. Nein. Dialga Reverse. Aber Jirachi. Ganz starker Pull hier. Ist eine sehr spielstarke Karte. Auch im TCG. Und wir haben die bereits in Japanisch gezogen. Und haben jetzt ihren deutschen Cousin. Wunderbar. Hier ist das Hard Case. Jirachi. Du darfst Platz nehmen. So. Sehr schönes Artwork. Schaut euch das an. Wunderbare Farbgebung. Ich liebe die Amazing Rare Karten. Die sind einfach nur stark mit diesem Artwork und den Farbspielen, die sie hier haben. Jirachi. So. Ein Pack fällt uns raus. Pikachu. Affe. Pikachu. Gib uns Pikachu. Ich will doch das dicke Pikachu. Und ich sag's euch Leute. Wir werden hier nicht eher aufhören, bis wir den dicken Boy ziehen. Ganz klar. Denn Tantl. Teleskopisches Visier. Britzigel. Voltoball. Fiffchen. Der sein Skrotum in die Kamera zeigt. Schuppet. Fumpy. Samurzel. Schneckmark Reverse. Und ein Flamara. Langsam fangen die Karten auch an sich zu wiederholen. Denn wir dürften jetzt wohl so ziemlich jede Karte aus dem Set gezogen haben. Bis auf die Secrets. Und eben die V's und V-Maxes. Deswegen die normalen Karten. Die Cummins und Unrares. Die gehen wir ja schon langsam auf den Zeiger, muss ich sagen. Und wenn ich da mal nach hinten schiele auf dieses 36er Display. Dann hoffe ich mich, äh, hoffe ich und freue mich auf Dubletten. Britzigel. Flickneul. Kloptopus. Zapladin. Unratytox. Wiedermüll. Flurmüll. Findet das nicht so gut. Stein Energie Reverse. Und wir haben ein Pokusan. Pokusan. Mhm. Wir machen mal ein ruhiges Pack. Seid ihr bereit? Los geht's. Los geht's. Müll. 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 Paar Packs sind hier noch da. Gib mir Pikachu. Da glitzert was. Dürfte eine Trainer Full Art sein. Wenn ich das richtig sehe. Ich weiß gar nicht, ob es Trainer Full Arts gibt. Hier habt ihr mal den Code. Gönnt euch. Eins, zwei, drei. Rüber geht's. Wir machen das hier. Papella Full Art. Schöne Karte. Leider die einzige Full Art aus diesem Set. Die ich bereits in Japanisch gezogen hatte. Von den Trainer Karten. Dementsprechend. Ja. Muss das unbedingt sein. Hm. Weiß nicht. Gut. Folie. Wir nehmen sie natürlich mit. Eine Trainer Full Art ist immer schön zu ziehen. Die kommt natürlich auch ins Plastikgefängnis. Ganz klare Nummer. So. Da haben wir sie. Wunderschön. Kriegen wir auf dem Reverse Slot vielleicht noch ein Amazing Rare. Nein. Es ist nur Müll. Die anderen Karten haben wir wahrscheinlich schon 100 Mal gesehen. Deswegen gleich auf den Bulgstapel. Wir haben jetzt noch drei, sechs, sieben Packs mit diesem hier. Sieben meine Glückszahl. Sieben meine Glückszahl. Pika. Motherfucking. Pika. Wo ist Pikachu? Gib mir den Fat Boy. Los geht's. Liga Angestellter. Wir haben ein Makago. Wir haben ein Flete Amo. Wir haben ein Palim Palim. Wir haben ein Galamauzi. Hoku Mill. Zappladin. Pipi. Und ein Glutex Reverse. Und am Schluss kommt leider nur ein Voltenso. Lass die Kamera laufen. Wir machen gleich weiter. Nächstes Pack. Affen Pack. Auf geht's. Ab geht's. Wir haben das nächste Pack. Da drei vorne. Energie rüber. So. Wir haben eine Wassergie. Planer. Skate. Tantel. Horn Liu. Weimar. Garnoville. Amazing Action. Raikou. Raikou. Amazing Rare. Yes Baby. Hinten dran ein Violet Holo. Aber wir haben den Amazing Raikou Boy. Schöne Karte. Wieder diese klasse Farbgebung. Wir scheinen ein gutes Display bekommen zu haben. Wir haben hier meine Damen und Herren. Wir haben zwei Amazing Rares. Wir haben eine V-Max. Wir haben aktuell eine V. Und eine Trainer Full Art. Die gute alte Papella. So. Wo sind meine Plastikgefängnisse? Die haben wir hier. Auf geht's. Ab geht's. Raikou haben wir natürlich auch schon auf Japanisch gezogen. In Deutsch noch nicht. Deswegen schöner Hit. Schöner Hit. Tada. Sehr gut. Sieht sehr schön aus. Sieht auch von der Karte gut aus. Lasst mich gerade mal schauen. Doch. Gutes Centering. Links ein bisschen mehr wie rechts. Oben ein bisschen mehr da. Ja. Ist okay. Nehmen wir mit. Du kommst zu deinem Babybruder hier. Zu Girachi. Sieht man die Papella? Ja. Sieht man sie. Wir haben insgesamt noch fünf Packs. Weiter geht's. Weiter geht's. Gebt mir doch das Pikachu. Gebt mir doch einfach das dicke Pikachu. Glutexo. Liga Angestellter. Schwalboss. Pampuli. Tanzer. Fritze Blitz. Zwirlicht. Funpi. Kate Reverse. Die gibt's auch in Full Art. Sehr starke Karte. Lugia Holo. Lugia Holo. Vier Packs. Pika. Pika Pika. Könnte ein Hit drin sein. Schauen wir mal. Drei. Die rüber. Capoeira. Mit dem Trainer im Hintergrund. Schönes Artwerk. Churchester Terne. Waschenergie. Ninkada. Palim Palim. Pepec. Dedene. Felino. Glumanda Reverse. Und eine B. Den Affen. Sarude. Wie. Haben wir bereits gezogen. Sowohl in Japanisch als auch in Deutsch. Nehmen wir natürlich trotzdem mit. Ein Hit ist ein Hit. Bitteschön. In deine Folie. Da haben wir ihn. Sarude. Okay. Also. Wir haben hier noch drei Packs. und ich weiß, dass in diesem hier nichts drin ist. Ja. Erstmal den Wert der Karten vervielfacht. Schauen wir gleich mal rein, was wir hier bekommen haben. Ich bin nicht verrückt. Ich werde nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ihr müsst die beim Auspacken nur entsprechend knicken. Und dann kriegen die auch an Wert. Tanzer. Ottero. Garnowil. Schwalbini. Hornliu. Heldenmedaille. Und eine Aquana. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Da ist nichts drin. Das weiß ich doch. Ich hab's euch doch gesagt. Da ist nichts drin. Die Karten tun wir mal zu den Energien, weil die wahrscheinlich genauso viel wert sein werden. So. Und hier die Heldenmedaille. Reverse. Super. Chunky Pikachu heben wir uns zum Schluss auf. Zwei Packs noch. Noch zwei Packs. Dann sind wir hier fertig mit dem heutigen Opening. So. Hier rüber. Rockaiman. Liga Angestellter. Makago. Kloptopus. Swamboll. Weilmar. Rotomor. Flurmel. Kastadu Reverse. Und ein Pixi. Ich denke, dieses Zahude war der letzte Hit. Halt. Ich hab jetzt hier irgendwas vermischt. Glumanda kommt hier rüber. So. Last Pack. Pikachu. Gönn uns deinen dicken Bruder. Bitte. 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 Last Pack Magic. Ich glaube, da ist leider nichts drin. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und um live dabei zu sein, wenn wir das dicke Pikachu ziehen. Wir haben, wie gesagt, im Hintergrund ein Farben-Schock-Display, das wir in den nächsten paar Tagen, Wochen öffnen werden, um die Jagd des Pikachus weiterlaufen zu lassen. Letzte Karte. Ein Jan Mega. Mö. Ich will Pikachu. Wir machen weiter. Bleibt gesund. Nexus Prime. TCG. 2. 10.